13. Als Vicious und Puri zusammen die andere Seite erreichten, nahmen sie in einem von einem weißen Bogengang aus korinthischen Säulen umgebenen weißen Innenhofgestalt an. In der Mitte des Hofes befand sich ein Marmorspringbrunnen, der kristallklares Wasser in ein tiefes, weißes Becken plätschern ließ. In einer Ecke stand ein weißer Baum mit blühenden Blüten. Ein Schwarm regenbogenfarbener Singvögel hatte sich dort versammelt, wie Zuckerstreusel auf einem Kuchen. Das liebliche Rufen der Finken und Meisen harmonierte mit dem sanften Klingen des Brunnens, als hätten beide Melodien dieselbe Tonart der Freude. »Krieger!« Die Stimme der Jungfrau der Schrift ertönte in ihrem Rücken. Und Vicious Haut zog sich über seinen Knochen zusammen, wie angeschmortes Plastik. »Kniet nieder!« »Und ich werde euch begrüßen!« Vicious befahl seinen Knien, sich zu beugen. Und nach einem kurzen Zögern knickten sie ab, wie die rostigen Beine eines Klapptisches. Wohingegen Puri nicht unter einem Anfall plötzlicher Steifheit zu leiden schien, sondern geschmeidig niedersank. Andererseits musste er sich auch nicht vor seiner Mutter, die er verachtete, beugen. »Puri! Sohn des Agony! Wie ist dein Befinden?« Äußerst gewandt entgegnete der Bruder in der alten Sprache, »Es geht mir gut, denn ich stehe vor euch mit Reinheit und Hingabe des Herzens.« Die Jungfrau der Schrift gluckste. »Eine gebührende Antwort in gebührender Form! Sehr schön von dir! Und sicherlich mehr, als ich von meinem Sohn zu erwarten habe!« Vicious spürte mehr, als er sah, dass Puri's Kopf zu ihm rumschnellte. »Oh, Verzeihung!« dachte Vicious. Diese lustige kleine Neuigkeit hatte ich wohl vergessen zu erwähnen, mein Bruder. Nun schwebte die Jungfrau der Schrift näher ran. »Ah! Mein Sohn berichtete dir nicht von seiner mütterlichen Abstammung. Aus Anstand etwa?« frage ich mich. »Besorgnis um die Aufrechterhaltung der allgemein angenommenen Tatsache meiner sogenannten jungfräulichen Existenz?« »Ja, das muss der Grund sein. Nicht wahr, Vicious, Sohn des Blattletters?« Vicious hob den Kopf, obwohl man ihn nicht dazu aufgefordert hatte. »Oder vielleicht weigere ich mich auch einfach nur, dich anzuerkennen.« Genau diese Entgegnung hatte sie von ihm erwartet. Und er wusste das nicht, indem er ihre Gedanken las, sondern weil sie beide auf einer gewissen Ebene ein und dieselbe Person waren. »Unteilbar. Juchu! Deine Zurückhaltung, meine Mutterschaft anzuerkennen, ändert nichts«, sagte sie in hartem Tonfall. »Ein ungeöffnetes Buch ändert nichts an der Tinte auf den Seiten. Was da ist, ist da!« Ohne Erlaubnis erhob sich Vicious und schob sich vor das verhüllte Gesicht seiner Mutter. Auge um Auge, Kraft um Kraft. Zweifellos wurde Puri gerade weiß wie die Wand. Aber egal, dann passte er wenigstens zur Einrichtung. Außerdem würde die Jungfrau der Schrift ihren künftigen Primal oder ihren kostbaren kleinen Jungen bestimmt nicht so ohne weiteres rösten. Ausgeschlossen. Also war es ihm Schnurz. »Bringen wir es hinter uns, Mama. Ich will zurück in mein echtes Leben.« Innerhalb von Sekundenbruchteilen fand sich Vicious flach auf dem Rücken. Atemlos. Obwohl nichts auf ihm lag und sein Körper nicht zusammengedrückt wirkte, kam es ihm vor, als hätte er ein Konzertflügel auf der Brust. Während Vicious noch die Augen aus dem Kopf traten und er sich abmühte, Luft in seine Lungen zu saugen, schwebte die Jungfrau der Schrift zu ihm ran. Wie aus eigenem Antrieb hob sich die Kapuze von ihrem Gesicht. Und sie starrte mit einem gelangweilten Ausdruck auf ihrem geisterhaft leuchtenden Gesicht auf ihn herab. »Du wirst mir dein Wort geben, dass du dich mir gegenüber respektvoll verhältst, solange wir uns in Gegenwart meiner versammelten Auserwählten befinden. Ich will dir zugestehen, dass du per Definition einige Freiheiten besitzt. Doch ich werde nicht zögern, dir ein schlimmeres Schicksal zuzumessen als jenes, welchem du zu entrinnen wünschst, wenn du sie in der Öffentlichkeit zur Schau stellst. »Sind wir uns einig?« »Einig?« »Einig?« »Klar!« »Sowas würde doch wohl einen freien Willen voraussetzen.« »Und aus allem, was er im Laufe seines Lebens gelernt hatte, schloss er eindeutig, dass er keinen besaß.« »Scheiße!« »Auf Sie!« Sehr langsam atmete Vicious aus, entspannte seine Muskeln und stellte das Atmen ein. Er wich ihrem Blick nicht aus, während er zu sterben begann. Nach etwa einer Minute Luft anhalten, schaltete sich das vegetative Nervensystem ein. Seine Lungen drückten gegen den Brustkorb, versuchten Sauerstoff einzuziehen. Er verkeilte den Kiefer, presste die Lippen aufeinander und spannte den Hals an, sodass der Reflex nicht greifen konnte. »Oh, gütiger!« hauchte Puri mit zitternder Stimme. Das Brennen in Vicious' Lungen breitete sich in seinem gesamten Körper aus. Seine Sicht verschwamm. Sein Körper bebte im Kampf zwischen mentalem Willen und dem biologischen Imperativ, zu atmen. Schließlich ging es nicht mehr so sehr darum, seiner Mutter eins auszuwischen, als zu erreichen, was er sich wünschte. Frieden! Ohne Jane in seinem Leben war der Tod eigentlich seine einzige Option. Allmählich verlor er die Besinnung. Uarplötzlich wurde das nicht vorhandene Gewicht hochgehoben. Luft schoss ihm daraufhin durch die Nase in die Lungen, als wäre sie eine feste Substanz, und eine unsichtbare Hand hätte sie ihm mit Gewalt in den Hals geschoben. Sein Körper übernahm die Kontrolle und drängte machtvoll die Selbstbeherrschung zurück. Gegen seinen Willen schluckte er Sauerstoff wie Wasser, krümmte sich auf einer Seite zusammen, atmete in langen Zügen. Sein Blick wurde nach und nach wieder klar, bis er ihn auf den Saum der Robe seiner Mutter richten konnte. Als er endlich sein Gesicht von dem weißen Fußboden hob und sie ansah, war sie nicht länger die helle Gestalt, an die er gewöhnt war. Sie war trüber geworden, als hätte sie jemand mit einem Dimmer runtergeregelt. Ihr Gesicht allerdings war unverändert, durchscheinend und wunderschön und hart wie ein Diamant. Sollen wir uns zur Präsentation hinbegeben, fragte sie, oder möchtest du vielleicht deine Partnerin auf meinem Marmorboden liegend empfangen? Wischers setzte sich auf, noch etwas benommen, aber es war ihm egal, ob er umkippte. Wahrscheinlich hätte er eine Art von Triumphgefühl empfinden sollen, weil er den Kampf mit ihr gewonnen hatte, aber das tat er nicht. Er schielte zu Piri. Der Arme schien völlig fertig, seine gelben Augen waren so rund wie Weintrauben. Die Haut wirkte fahl. Er sah aus, als stünde er mitten in einem Alligatorenbecken und trüge Steaks als Schuhe. Mann, der Reaktion seines Bruders, auf diesen kleinen, familiären Zwist nachzuurteilen, konnte er sich ungefähr vorstellen, wie die Auserwählten mit einem offenen Konflikt zwischen ihm und seinem John Crawford-Albtraum von einer Mutter umgehen würden. Und auch, wenn Wischers keine besondere Verbundenheit mit diesem Frauenhaufen empfand, so gab es doch keinen Anlass, sie absichtlich zu ärgern. Also stand er auf und Piori kam ihm gerade rechtzeitig zur Hilfe. Als Wischers Schlagseite bekam, fing ihn der Bruder auf und stützte ihn unter der Achsel. Ihr werdet mir jetzt folgen! Die Jungfrau der Schrift führte sie zu dem Bogengang. Über den Marmor gleitend, ohne ein Geräusch oder auch nur eine sichtbare Bewegung zu machen. Die drei gingen weiter durch die Arkade zu einer goldenen Flügeltür, durch die Wischers noch nie getreten war. Sie war massiv und mit einer frühen Version der alten Sprache verzehrt, die noch ausreichend Ähnlichkeit mit der derzeitigen Schriftsprache hatte, das Wischers übersetzen konnte. Siehe, das Heiligtum der Auserwählten, geheiligte Städte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Art. Die Türen öffneten sich ohne äußeres Zutun und gaben den Blick frei auf eine prachtvolle Idylle, die unter normalen Umständen selbst Wischers im Grunde beruhigt hätte. Abgesehen davon, dass alles weiß war, erinnerte es ihn an den typischen Campus einer amerikanischen Elite-Universität. Mit neoklassizistischen Gebäuden, weit ausgedehnt über sanfte Hügel, milchigem Gras und schneeweißen Eichen und Ulmen. Ein Läufer aus weißer Seide war ausgelegt worden und Wischers und Puri liefen weiter, während die Jungfrau der Schrift etwa 30 Zentimeter darüber schwebte, wie ein Gespenst. Die Luft hatte die perfekte Temperatur und war so vollkommen still, dass man keinerlei Regung auf der nackten Haut spürte. Obwohl die Schwerkraft ihn noch auf dem Boden hielt, fühlte Wischers sich zusehends leichter und irgendwie federnd, als könnte er mit etwas Anlauf über den Rasen hüpfen, wie der Mann auf den Bildern vom Mond. Oder aber diese Mondassoziation kam daher, dass bei ihm gerade eine kleine Gehirnwäsche im Gange war. Als sie einen Hügel erklommen, entdeckte er unter sich ein Amphitheater und die Auserwählten. Ach du lieber Himmel! Die etwa vierzig Frauen waren alle in identische weiße Roben gekleidet. Das Haar war aufgesteckt, die Hände steckten in Handschuhen. Alle Haarfarben waren vertreten. Von Blond über Brünett bis hin zu Rot. Doch wegen ihrer großen schlanken Statur und den einheitlichen Gewändern sahen sie alle aus wie ein und dieselbe Person. In zwei Gruppen aufgeteilt säumten sie beide Seiten des Amphitheaters und präsentierten sich in einem Dreiviertelwinkel, den rechten Fuß leicht ausgestellt. Sie erinnerten Vicious an die Karyatiden griechischer Architektur. Diese weiblichen Statuen, die Giebel oder Gebälk auf ihren hoheitsvollen Häuptern trugen. Bei ihrem Anblick fragte er sich unwillkürlich, ob sie Herzen hatten, die schlugen und Lungen, die atmeten, denn sie waren so unbeweglich wie die Luft. Genau das war doch das Problem mit der anderen Seite, dachte er. Nichts bewegte sich hier jemals. Es gab Leben ohne Leben. Tretet vor, befall die Jungfrau der Schrift. Die Besichtigung wartet. Oh Gott, wieder blieb ihm die Luft weg. Da landete Puris Hand auf seiner Schulter. Brauchst du noch eine Minute Pause? Von wegen Minute. Er bräuchte Jahrhunderte. Wobei, selbst wenn er so viel Zeit hätte, am Ergebnis würde sich nichts ändern. Er dachte an den Vampir, den er auf der Straße gefunden hatte, in jener Nacht, als er angeschossen worden war, denjenigen, zu dessen Vergeltung er diesen Lässer getötet hatte. Schicksal. Sie brauchten mehr Krieger in der Bruderschaft, dachte er, als er nun wieder weiterlief. Tja, und es war ja nicht so, als könnte der Storch die Arbeit machen. Unten im Theater stand nur ein einziger Stuhl, ein goldener, einem Thron ähnlich, der ganz nah am Rand der Bühne platziert worden war. Von seinem erhöhten Blickwinkel aus stellte Vicious fest, dass der Hintergrund, den er als glatte weiße Wand wahrgenommen hatte, in Wirklichkeit ein riesiger weißer Samtvorhang war, der so unbewegt hing, als wäre er aufgemalt. Setz dich hin, sagte die Jungfrau der Schrift, eindeutig wahnsinnig angenervt von ihm. Lustig, ihm ging es mit ihr ganz genauso. Trotzdem gehorchte Vicious und Puri schlug hinter dem Thron Wurzeln wie ein Baum. Die Jungfrau der Schrift schwebte nach rechts und nahm eine Position seitlich der Bühne ein. Eine shakespearische Regisseurin, die treibende Kraft dieses ganzen Dramas. Mann, was gäbe er nicht in diesem Moment für eine Natter. Fahrt fort, rief sie knapp. Der Vorhang teilte sich in der Mitte und zog sich dann zu beiden Seiten zurück. Sichtbar wurde eine Frau, die von Kopf bis Fuß in reich geschmückte Gewänder gehüllt war. Flankiert von zwei ihrer Schwestern hielt sich seine zukünftige in einem merkwürdigen Winkel. Oder vielleicht stand sie auch gar nicht von allein. Gütiger. Es wirkte, als wäre sie auf eine Art Tafel befestigt, die nur zur Besichtigung aufrecht gestellt worden war. Wie ein aufgespießter Schmetterling. Sie wurde nach vorn gerollt und man konnte erkennen, dass sie tatsächlich festgebunden war. Um ihre Oberarme lagen Bänder, die mit zu ihrer robe passenden Juwelen getarnt waren und die sie aufrecht hielten. Musste wohl zur Zeremonie gehören. Denn was da unter diesem Gewand steckte, war nicht nur für die Präsentation und die darauf folgende Vereinigungszeremonie vorbereitet worden, sondern zweifellos auch entzückt, die Nummer eins aller Frauen zu werden. Die erste Auserwählte des Primals genoss besondere Rechte und er konnte sich ungefähr ausmalen, wie fantastisch das Leben für sie sein würde. Obwohl das vielleicht unfair war, hasste er das, was sich unter all der Pracht befand aus tiefster Seele. Die Jungfrau der Schrift nickte und die Auserwählten zu beiden Seiten seiner zukünftigen begannen, das Gewand zu lösen. Während sie ihrer Aufgabe nachgingen, schwappte eine Welle von Erregung durch die Stille des Amphitheaters. Der Höhepunkt jahrzehntelangen Wartens der Auserwählten darauf, dass die alten Gebräuche wiederbelebt würden. Ohne jegliches Interesse beobachtete Vicious, wie die schwere Robe abgenommen wurde und eine überwältigend schöne weibliche Gestalt, gekleidet in ein hauchdünnes Gewand zum Vorschein kam. Das Gesicht seiner Zukünftigen blieb unter der Kapuze verhüllt. Wie es der Tradition entsprach. Denn es war nicht sie allein, die dem primal übergeben wurde, sondern alle aus Erwählten. Gereicht sie dir zum Gefallen? fragte die Jungfrau der Schrift trocken, als wüsste sie genau, dass diese Vampirin äußerste Vollkommenheit darstellte. Geht schon, Ein unruhiges Murmeln erhob sich unter den Auserwählten, wie eine kühle Brise, die durch steifes Schilfrohr fuhr. Vielleicht möchtest du deine Wortwahl neu überdenken, zischte die Jungfrau der Schrift. Sie ist in Ordnung. Nach einer unangenehmen Pause trat eine Auserwählte mit Räucherwerk und einer weißen Feder vor. Während sie sang, wedelte sie Rauch über die Gestalt, vom verhüllten Kopf bis zu den bloßen Füßen. Umkreiste sie einmal für die Vergangenheit, einmal für die Gegenwart und einmal für die Zukunft. Das Ritual schritt fort und Vicious runzelte die Stirn und beugte sich vor. Die Vorderseite des hauchzarten Gewandes war nass, wahrscheinlich durch die Öle, mit der man sie für ihn vorbereitet hatte. Er lehnte sich wieder zurück. Mist, er hasste die alten Gebräuche, hasste diese ganze verfluchte Prozedur hier. Unter der Kapuze befand sich Kormia in einem Zustand der Verzweiflung. Die Luft, die sie einatmete, war heiß und feucht und erstickend, schlimmer noch als gar keiner. Ihre Knie waren so weich und nachgiebig wie Grashalmer, die Handflächen triefend nass. Ohne die Bänder wäre sie in sich zusammengebrochen. Im Anschluss an ihren kopflosen Fluchtversuch in der Badekammer und ihre Ergreifung bald darauf, hatte man ihr auf Befehl der Direktries einen bitteren Trank die Kehle hinab gezwungen. Er hatte sie ein Weilchen beruhigt, doch nun ließ die Wirkung des Elixiers nach und ihre Angst brach erneut hervor. Wie auch die Erniedrigung. Als sie Hände auf ihrem Gewand gespürt hatte, welche die goldenen Schleifen lösten, hätte sie am liebsten geweint, ob der Schändung durch den Blick eines Fremden auf ihrer Haut. Dann war die Robe zur Seite gezogen worden und sie hatte eine Kühle auf der Haut gespürt, was keineswegs eine Erleichterung von dem Gewicht bedeutete, was vorher auf ihr gelastet hatte. Die Augen des Primals hatten auf ihr geruht, als die Stimme der Jungfrau der Schrift gerufen hatte, gereicht sie dir zum Gefallen. Kormia hatte auf die Antwort des Bruders gewartet, um etwas Wärme darin gebetet. Doch davon war keine Spur zu merken gewesen. Geht schon. Vielleicht möchtest du deine Wortwahl neu überdenken, zischte die Jungfrau der Schrift. Sie ist in Ordnung. Bei dieser Entgegnung hatte Kormias Herz ausgesetzt. Die Angst wurde von Entsetzen abgelöst. Wisches, Sohn des Blatletters, hatte eine kalte Stimme, eine, die noch viel schlimmere Vorlieben verriet, als selbst der Ruf seines Vaters verhieß. Wie sollte sie die Vereinigung überleben? Geschweige denn, die ehrwürdigen Auserwählten währenddessen gebührend vertreten? In der Badekammer hatte die Direktrice erbarmungslose Worte gefunden, um zu beschreiben, auf welche Weise Kormia ihnen allen Schande brächte, sollte sie sich nicht mit der angemessenen Würde verhalten? Sollte sie nicht ihre Verantwortung auf sich nehmen? Sollte sie keine gebührende Vertreterin ihrer aller sein? Wie sollte sie das alles ertragen? Wieder hörte Kormia die Jungfrau der Schrift das Wort ergreifen. Viges, deinem Bruder wurde noch kein Blick gewährt. Puri, Sohn des Agony, du musst die angebotene Auserwählte als Zeuge des Primals begutachten. Kormia zitterte. Der Blick eines weiteren unbekannten Mannes auf ihrer Gestalt flößte ihr Furcht ein. Sie fühlte sich unrein, obwohl sie doch so sorgfältig gereinigt worden war. Schmutzig, obgleich doch kein Schmutz an ihr klebte. Unter ihrer Kapuze wünschte sie sich, sie wäre ganz klein, kleiner als ein Stecknadelkopf. Denn wenn sie klein wäre, könnten die fremden Augen sie nicht finden. Wäre sie winzig, könnte sie sich unter größeren Dingen verstecken. und aus all dem hier verschwinden. Pioris Blick war starr auf den Rücken des goldenen Throns geheftet. Und da sollte er auch eigentlich bleiben, wenn es nach ihm ginge. Diese ganze Sache war falsch, völlig falsch. Piori, Sohn des Agonie. Die Art und Weise, wie die Jungfrau der Schrift seines Vaters Namen aussprach, klang als rote das gesamte Gewicht seiner Abstimmungslinie darauf, ob Piori brav im Programm weitermachte. Er hob den Blick zu der Frau. Jeder einzelne seiner geistigen Prozesse kam knirschend zum Stillstand. Sein Körper war es, der reagierte. Übergangslos. Er schwoll in seiner Seidenhose an. Die Erektion war so schnell da, wie ein Atem zog, obwohl er sich dafür in Grund und Boden schämte. Wie konnte er nur so grausam sein? Er ließ die Lieder wieder sinken, verschränkte die Arme vor der Brust und überlegte krampfhaft, wie er sich selbst in den Hintern treten konnte, ohne hinzufallen. Wie findest du sie, Krieger? Exquisit! Das Wort kam einfach aus seinem Mund. Dann fügte er hinzu, würdig der holdesten Tradition der Aus Erwählten. Ah, nun, das ist die geziemende Antwort. Da die Anerkennung gewährt wurde, erkläre ich diese Frau zur Wahl des Primals. Vollendet die Duftreinigung! Aus dem Augenwinkel nahm Puri wahr, dass zwei Auserwählte mit Stöcken kamen, die rauchige weiße Spuren hinter sich her zogen. Während sie mit ihren kristallklaren Stimmen zu singen begannen, atmete er tief ein, durchsiebte den glühenden Garten weiblicher Düfte. Er fand den der zukünftigen, das musste ihrer sein, denn es war der einzige weit und breit, der blankes Entsetzen ausdrückte. Stoppt die Zeremonie, forderte Vicious mit harter Stimme. Der Kopf der Jungfrau der Schrift wandte sich ihm zu. Sie werden sie beenden! Oh nein, das werden sie nicht! Der Bruder stand von seinem Thron auf und marschierte auf die Bühne. Offenbar hatte auch er den Duft auf geschnappt. Als er näher kam, quiekten die Auserwählten bestürzt und brachen aus ihren Reinen aus. Der Anblick der aufgeregt rumlaufenden Frauen und ihrer flatternden weißen Roben erinnerte Puri an einen Stapel Papierservietten bei einem Picknick, die einfach weggeweht wurden und hilflos über die Wiese taumeln. Nur, dass das hier kein Sonntagnachmittag im Park war. Rasch zerrte Wischers die schwere Robe seiner zukünftigen vorn wieder zusammen. Dann riss er die Haltebänder ab. Als sie zusammensackte, hielt er sie am Arm fest und stützte sie. Puri, wir treffen uns zu Hause. ein Wind erhob sich mit Macht, eine Böe, die der Jungfrau der Schrift entströmte. Doch Wischers wich nicht zurück, konfrontierte seine, tja, offenbar ja, seine Mutter. Mutter, gütiger, damit hätte er niemals gerechnet. Wischers hielt die Arme aus, er wählte in einem gnadenlosen Griff fest. Mit hasserfüllter Miene betrachtete er die Jungfrau der Schrift Puri, verzieh dich gefälligst. Obwohl Puri normalerweise immer darauf bedacht war, Frieden zu schaffen, hütete er sich, in dieser Art von Familienstreit einzugreifen. Er konnte nur beten, dass sein Bruder nicht in einer Urne zurückkommen würde. Bevor er ging, warf er einen letzten Blick auf die verhüllte Gestalt der Auserwählten. Wischers hielt sie jetzt mit beiden Händen fest, da sie offenbar in Ohnmacht gefallen war. Du lieber Himmel, was für eine Katastrophe, dann drehte er sich um und rannte über den weißen Seidenläufer zurück in den Innenhof. Nächster Halt Ralfs Arbeitszimmer. Der König musste erfahren, was hier los war, obwohl der größte Teil der Geschichte ganz offenbar noch ausstand. Land.